Wir sind wieder da und Mario ist definitiv in Trouble, weil wir hier gleich abkratzen werden. Aus Versehen. Wir holen uns jetzt Energie, komm wir haben, auf den punchen wir hier eine rein, so. So, ist hier noch irgendwo eine rote Münze, die mir Energie geben könnte? Ja, da ist noch eine. Die hole ich mir jetzt. So. Puh. So, ich denke mal, zwölf Münzen werden wir wohl noch hier im Vulkan finden. Also, gehen wir jetzt auf in den Vulkan. Warte mal, hier unten ist ein Beamer. Wie kriegen die nochmal? Wo komme ich denn da nochmal hin? Ach, egal. Mann, du scheiße Eibolch. Er ist ja gar kein Eibolch. Aber egal, so. Oh, mein, mein Arsch. Oh, scheiße. Mann, das gibt's doch gar nicht. Oh, tschüss. So, ganz toll. Ah, da sind wir jetzt Münzen. Heilen. Oh, puh. 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 Gut, Energiestand ist wieder frisch. Und wir haben gleich 100 Münzen. Das ist super. Nur noch, nur noch zwei Münzen. Und diesmal lass ich mich nicht unterquetschen. Boah. Diesmal nicht. So. Da ist die 99. Münze. Ja, wir haben's geschafft. Hopp. Oh, ist das schön. Oh. Und eingesagt. B-b-bewonen. So, den Stern kann uns jetzt erstmal keiner mehr nehmen. So, dann gehen wir mal... Du hast 50 Powersteine gesammelt. Das kannst du die Tür mit den großen Sternen im dritten Stock öffnen. Ah, geil. Ah, jetzt kommen wir ja schon da hin. Ich hab noch nicht mal den zweiten Bosa besiegt. So, wie mach ich das jetzt? Mann, Mario, dritt nochmal die Kamera, dass ich was sehe. Okay, muss ich halt... Ego-Perspektive. Ich könnte jetzt da runterjumpen. Aber mach ich auch. Hüpp. Wiii. Nein, nicht in die Lamascha. Autsch, Autsch. Okay. Zu verkraften. Jetzt holen wir uns den sechsten Sternen, wo wir vorhin auch so... ... im letzten Part, wo wir so genüsslich verkackt haben. Aber diesmal nicht. Dann ist die Welt auch komplett. Geil. Und dann mache ich, mache ich, mache ich diese Giftgrotte. Ja. Ja, mit dieser scheiß... Mit dem scheiß Nebellavirint. Naja. Wird schon. So, und rauf da. Trap. So. Okay, Mario. Jetzt ganz ruhig, Mario. Ganz ruhig. Hüpp. Ich bin ja bei dir. Äh... So. Moment, Kamera drehen. Och, Mann, die ist wieder so scheiße. So. Ah. Okay. So. Wow. So, dann sind wir ja gleich da. So, noch ein bisschen justieren. Hüpp. Alles klar. So, wie mache ich das jetzt am besten? Weil das eh nachher vorhin nicht so gut geklappt. So, und hüpp. Ah, ist das geil. Wir haben es geschafft. Gut, Lava-Welt komplett. Ah, tja. So, wir könnten ja irgendwann nochmal den zweiten Bowser besiegen. Aber dafür muss ich ja zuerst in so eine andere Welt. Und auf die habe ich keinen Bock. So, wir gehen jetzt in die... Giftgottenwild. Du, 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 du. Swit! In pures Metall reingejump. Kletterer auf Nessis Rücken. Äh, na, von mir aus. Oh, wie soll ich denn hier 100 Münzen kriegen? Das war doch irgendwie voll Kacke. Mann, scheiße. Ja, die Welten werden halt irgendwie immer schwerer. Aber ist egal. Das schaffe ich trotzdem. Wow, otur- Alter. Hier gibt es ja auch Geruhen. Dir habe ich ja gar nicht mitgerechnet. So, auch wisst ihr was? Ich hole mir einfach mal den Stern hier. Hopp, zah! Äh, äh! Nein, Mario! Ey, du bist ein Spinner. So, den Stern hier, Mann! Oh, otur! Mann, was ist mit der Kamera los? Achso, Trap, Hatsrap. Ah, alles klar. War das eigentlich auf der anderen Seite? Oh, nix. Gut. Der erste Stern! Ist das nicht schön? So. Bestleistung, fünf Münzen. Und gleich nochmal rein da. Woo! Ey, aus dem standen Rückwärtsalto, der zwei Meter hoch geht. Das kann nur Mario. Oh, warte, war schon der letzte Stern? Man, wir haben jetzt schnell mal den sechsten Stern gleich geholt. So, ich gehe jetzt einfach mal hier lang. Ich erkunde einfach mal die Welt und sehe ja, was auf mich zukommt. So, wo bin ich denn jetzt? Achso, hier. Scheiße. Hier war das mit den acht Münzen. Ja, okay. Und hier geht es, glaube ich, zum Labyrinth. Labyrinth? Ja, tatsächlich. Okay, äh, mal gucken. Da sind überall die Ausgänge. Ach ja, hier gibt's ja auch einen Geheimausgang. Na, mal gucken. Wow, stopp. Uh. Äh. Waaah. Gift. Ich hasse Gift. Aber, wenn ich hier mit Metall Mario rumrenne, passiert mir nix. Yeah, man. Oder oben ist jetzt eine Tür. Ich weiß auch nicht, ob das schon jetzt eine Geheimtür ist. Wir gucken einfach mal nach. Irgendwo führt es uns auf jeden Fall hin. Zu irgendeinem Stern. Ah, ich glaube, ich weiß auch schon zu welchen. Oder? Äh, oh, ist, glaube ich, doch ein anderer Stern, den ich jetzt meine. Äh, okay, ist doch... Ich dachte jetzt, es wäre der andere Stern, aber ist egal. Huhu. Wow, jetzt muss Mario sogar noch Wand klettern machen. Okay, ich darf jetzt nicht den Knopf loslassen. Sonst ist Mario verloren. Huhu. So, ganz langsam und ganz sachte. Ganz sachte. Ah, alles klar. Ja. Man, sind wir cool. Und Stern Nummer 53. Und Stern Nummer 53. Ja. Und gleich nochmal rein da. Oh, da gibt es bei Nessie, da gibt es einen Stern, da gibt es da ja noch einen Stern. Ach, ist ja eigentlich... Eigentlich ganz einfach hier alles. So, jetzt gehen wir aber zu Nessie. Nessie. Keine Ahnung, warum Nessie hier ist, aber sie taucht auf jeden Fall in späteren Mario-Spielen wieder auf. Wupp, batz. Durchgebattelt. Wo geht's eigentlich hier lang? Hallo? Oh. Ich glaube, ich will's gar nicht wissen. Da komme ich, glaube ich, auch nur zu diesem... diesem... Rote-Münzen-Trakt. Alter, die Sterne laufen genau dahin, wo ich hinrolle. Puh. Oh. Mann, ey. Mario, ich hab doch mal ein bisschen Gas hier. So. Open the door. Und zu dem Stern da hinten kommen wir auch durchs Nebellabyrinth. Oder zu später. So, Fahrstuhl runterfahren und... Oh, oh. Oh. Autsch. So, Moment. Ja, puh. Ups, das war, glaube ich, ein Fehler. Oh. Ah, warum ist Nessie Stern? Okay, schwimmen, schwimmen, schwimmen. Mystery-Mucke. Ähm, Moment. So, Nessie, mach mal hier ein bisschen hier, ne? Nicht heulen hier. Du musst uns helfen, die Welt zu retten. Das kannst du am besten, indem er uns hier rauflässt. So. Und eingesackt. Yeah. Ja. So. Yahoo. Tup, tada. Tup. Und nochmal rein da. Sweet. Äh, findet ihr die adroiten Münzen? Oh, da hat halt kein Bock, ey. Das dauert auch so lange. Ne, ich geh erstmal nochmal runter zu Nessie und hol den anderen Stern. Oh, da war das knapp da. Mach ich aber auch hier eine Stunt, ey. Gibt's ja gar nicht. Dum-di-dum-dum-dum. Dum-di-dum-di-dum-dum. Oh, wie fies. Das war gerade gar nicht, als ich, komm nachher, komm, komm her, verarscht. So, Münzis. Ja. So, ich würde sagen, wenn wir unten angekommen sind, beende ich erstmal den Part. Ho-ho. Äh. Ja, okay, so. Wir bleiben genau unter dieser komischen grünen Box hier stehen und sehen uns im nächsten Part wieder. Also, Freunde, bis dann. Tschau.